Ich müsste aber erst pinkeln. Ja, ich halte mir das. Ich halte mir das gerade im Hals. Ich würde jetzt, glaube ich, nochmal... Oder was sagst du? Was machen wir? Hier. Loot. Stimmt. Loot war's. Ja. Ich glaube, das würde ich machen Richtung Loot. So, ich habe genügend... Ja, ich habe zweimal Schinken... Schinkenspeck mit Eiern. Ich habe 15 Gläser. Das sieht gut aus. Boah, die Sonne leckt mich am Arsch, ey. Oh, Kriecher. Da rennt doch schon wieder eine Männchen, Skinness. Darfst mir in den Schlag rennen, ja? Wer rennt denn da nach oben? Ich habe es gesehen. Oh, es ist laut. Ja, ja, ja. Ich weiß. Ja, ja, ja. Irgendwie ist mir kalt. Ich bin am Frieren. Nee, nee. In dem Dings. Ah, ich gehe mal hier unten rein. Hier ist besser. Alter, ich back hier immer durch die... Alter, ich back hier immer durch die Erde. Ich komme hier nicht weiter. Wahrscheinlich haben wir hier gebuddelt, aber das... Bei mir ist hier kein Loch. Das sieht einfach aus, als könnte man drüber laufen. Als wäre es ein Hügel. Aber ich bin da immer wieder reingefallen. Naja, kenne ich den Bug. Voll scheiße. Ja, hier ist kalt. Krieg Frost-Symbol hier oben. Ja, ja. Oh. Und jetzt ist es wieder weg. Krass. Wahrscheinlich, weil ich hier am Feuer stehe. Genau. Na, darauf gebe ich mir noch ein Bömsken. Guinness. Oh ja, wo die Idee. So, wieder Baumwolle holen. Baumwolle. Und für den Markt noch ein paar leckere Teesorten. Chrysanthema bringe ich dir mit. Ja, bring mal Chrysanthema mit. Mach mal. Ja, mach mal. Fertig, ich laufe schon ganz langsam Richtung Blue, ne? Nur langsam. Du kannst da gleich hinterhergewetzt kommen. Ja, ich kann es kommen. Marc, kommst du mit oder verbleiben sie wieder? Wie spät haben wir das denn? 6.58 Uhr. 6.58 Uhr. Ich müsste aber erst pinkeln. Ja, ich halte mir das. Ich halte mir das gerade im Hals. Bah. Hier, deine 39 Schuss liegen hier noch drin. Ich trottel. Ja. Ich muss auf den Boiler. Danach würde ich mitkommen. Ja, ja. Dann lass uns da einfach warten, weil wir schon mal rauchen. Alter, dann stehe ich hier. Okay. Ja, ich komme gerade zu dir. Dann stehst du mir da. Okay. Was ist überhaupt nicht? Na gut, machen wir ein kurzes Päusken. Ja, ein Haufenwerb. Ich sehe schon nix. Nee. Ich habe noch nicht mal die Shotgun mit. Also ich habe weder die Muni noch die Shotgun. Ah, okay. Dann brauche ich die Muni ja gar nicht mitnehmen. Oder? Lüge ich? Nö. Ja, das wäre sehr nett gewesen, aber scheiße. Ja, ich kann auch beides mitbringen. Warte mal das. Und wo ist die Shotgun denn? In der Shotgun-Kiste. War das so eine spezielle? Nö. Nö. Irgendeiner wahrscheinlich Stufe 2. Gut. Das ist sehr nett. Danke schön. Ja. In der Zeit kloppt der Pferde den Baum, nicht den Stein. Ist gut. Auch wenn ich den Stein gerade irgendwie. Der hat gerade keine Kollisionsabfrage bei mir. Ich kann den nicht hauen. 18 Federn in dem Nest. Das ist super. Jetzt kloppt er noch mal. Oh, noch ein Nest. Das sieht mir nach einem richtig guten Baum aus. Das tut gut, ne? Oh, ja. Ja, sehr geil. Oben. Die Kiste mit dem... Nee, nee. Oben auf dem Kompass musst du mal gucken. Ach, da. Hast du mein... Hast du mein Schätzchen mit? Alter, ich hab doch ne... Ich... Ich kommentier's jetzt einfach nicht. Ich hab doch ne Pumpe mit. Hm. Bitte kommentiert es. Bitte. Toll. Perfekt. Boah, echt. Der Demlack. Ich hab wieder im Werkzeuggürtel gehabt und nicht... Also, wenn ich mir vorstelle, das Zombie-Apokalus wird nicht aufgerichtet. Ja, oh, ey. Mein Mann, das war... Ja, absolut. Ich hab keine Pumpe mit. Ich bin auch verloren, du Posten, Männer. Ich hab keine Pumpe mit. Ich hatte eine Pumpe mit. Ja, klar. Dann lass ich die Munition hier. Das ist eh so schwer zu tragen. Ja, ist okay. Hättest du nechsten Kilometer später. Ja, so ne Pumpe mit. Boah, echt, ey. Hatte die am Gürtel, hab's nicht mitgekriegt. Boah. Am Gürtel, oder was? Am Gürtel, ja, ja. Ja, in der Sonne. Baumelt und baumelt und tritt die gar nicht. Meine Herren, ey. So, was haben wir hier? Haben wir hier auch Karten? Karten, Karten, Karten. Ein kleines X-Klein. Die Stimme holt. Kleines X-Klein, yo. Karten, Karten. Oh, geil. Oh. Oh, das ist aber echt viel Karten, ey. Wie warst du das? Ich bin einfach nirgends vorbeigelaufen. Ja, Batsch. Ich dachte, es ist der Tibor, wenn das gewesen. Was denn? Da ist der Wörter, wenn ich mir eben vorbeirenne. Batsch. Hey, das ist für die Strotflinte. Ey. Keine Kollisionsabfragen. Hab dich nicht durchgehauen. Aua. Alter, das hat mir 40 Leben abgezogen. Quatsch. Nein, war Spaß. 40 Leben. Aber guck mal, jetzt hat es mir gar kein Leben abgezogen. Der Ferdi hat mich ja schon mit der Axt da gekillt. Wie kann das sein? Ja, aber vielleicht ist das nur, wenn du Waffen in der Hand hast. Ja, wahrscheinlich. Das war übrigens das, was ich gefunden hatte, als ich aus der Wüste zurückgekehrt bin. Yo. Scheiße. Wo ich dachte, das wäre ein Traitor. Au. Noch einer links um die Ecke. Da kommt er. So, an den Dicken mach ich mich jetzt mal mit dem Ding hier. Boah, der. Bam, bam. Oh, ich hab fast ein Level ab hier. Komm, friss Scheiße. Flinten-Munni hab ich, sehr gut. Der hat noch neun Stahlpfeile. Da kommen noch zwei so. Dann pack ich einfach einen. Gesundheit. Jetzt hab ich einfach einen gepackt. Was? Hier ist ein Geier in der Hütte. Boah, super. Oh, scheiß Geier, ey. Boah, Drecksache. Boah, der macht den erst mal kaputt, ey. Ich glaube, der hat hackt. Ich hau dir. Hey, du, 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 du. Hey. Durchsuchen, ey. 218. Nee, nehm ich nicht mehr. 218 Benzinkanister. Schlafsack. Schlafsack. Oh hier, das Auto erstmal looten Ja, meinte ich ja 218 Ich komm hier nicht rein Warum? Musst du rüpfen Ich muss jetzt mich bücken, was ist das denn für eine Kacke Ja, müssen sie mal patchen Jo, jo Jo, jo Finde ich von der Optik her Richtig geil, ne, dieses Ding Ist hier was? Nee, man kommt gar nicht drunter Das war, hallo, hier für den Schwärmolf ist euch Ah Ja Ja, schön, ja, sammelt mal Themen, meine kleinen Freunde Malteser Oh, ist fein Wir sind doch nicht die Malteser Ich geh zu unserer Pflanze hin und bockse die erstmal Jo, ey Ist egal, was bist du? Tsch Frisch Oh, verbrannten Gebiet Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Zit schmecken, Mensch So, komm, ich klopp mal den Baum hier Also, Kohl Jo Kannst du scrappen eigentlich Oder wir können auch bestimmt auch Sachen beim Tray damit kaufen Aber Papier für Muni Also wenn du scrappst Sollen wir da jetzt auch voll nach... Ach, hier ist die Vorratskiste, Marc Mhm Ak 15 Schuss Kornmehl Einmal Large Beef Rotation Dann wieder so ein Tribal Storage Pocket Schematik Und dreimal Antimöse 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 Antibiöse Antibiöse Warte, der Ort, da wo der Funkturm war Waren wir da beim letzten Mal? Ich meine, ja Ja Ich hab in den Baum drin gestackt gerade Also am Wabbeln Ach ja, 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 ja Da war ein Militärding Genau Sonst weiß ich nicht Ähm Ich weiß nicht, ob ich wieder einen Abstecher in die Wüste mach Aber eigentlich haben wir erstmal genügend Heilung, ne? Ja, lass doch irgendwo zusammen irgendwo hingehen Okay Dann Wohin wollen wir uns denn? Also wir könnten vielleicht mal weiter Richtung Südwesten hinter die Militärbase, um zu gucken, dass es Ja, ja, ja Noch nicht aufgedeckt, oder? Ja Ja, genau Oh, 13 Oh, 14 Eier Wow Wow Oh ô Well you are Yeah, ich bin mit dir Oh Well, d blev Oh Wow Oh tons $1 PASS uri What made me know? Oh 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 Ach. Der war schon. Die Tür benutzen? Wollte ich schon sagen. Aber dann haben wir aufrecht gewesen. Ich habe ja ein bisschen an Anstand. Ach, sorry. Da war schon. Guck mal, das ist doch schon wieder so ein Baumstumpf. Aber Marc, ich habe noch nie was aus diesen Baumstumpfen rausgeholt. Ich hatte vorhin schon wieder Honig. Ei, ei, ei. Honig? Hm, Honig. Doch, bloß ein Honig. Ja, guck mal, siehst du. Naja, das ist gut gegen, wenn du infiziert bist. Also entweder Antibiotika nehmen oder sofort Honig. Einfach einreiben. Honöse. 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 Ich laufe anscheinend hier über den Berg. Ja, ja. Hier, man kann ja hochhüpfen, den Berg. Das ist gar kein Problem. Egal, wie hoch das geht. Hier, selbst da. Selbst die Schräge. Alter. Boah, der Ferdi hat, yo. Seit Anbeginn hat der die ganze Zeit bei mir so einen Pfeil da im Fuß stecken, ey. Ne, dann zieh den doch raus. Ja, aber ich krieg den nicht. Ich krieg den nicht, ey. Hilf mir doch, wahrscheinlich auszulachen. Der hat doch Schmerzen, der Ärmste. Der hat doch Schmerzen, der Ärmste. Zieh ihm doch den Pfeil. Der hat doch einen Headshot im Knie, ey. Da war ein Loch in der Wand, ne, Männer? Ja, ich hör sie schon. Hier ist ein Secret. Ich leide rein. Hier nicht. Komm, ich wöse. Wo sind sie? Was ist denn vielleicht hinter den Gardinen? Ah, hier, 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 hier. Wie zu erwarten war. Gut. Geh mal nach oben, Männer. Also Indianer. Das ist ein Chinese. Ah, ist auch Indianer. Oh, ich hab jetzt einen Kapu... Ist auch Indianer. Chineser ist auch Indianer. Fertig, hier ist ein Kapuzenpulli im Schreibtisch. Ich weiß nicht. Ja. Den guck ich mir doch mal an, ja. Das ist auf jeden Fall besser als Pflanzenfaser-Kotze. Gott, ich bin runtergefallen. Der Fußboden hat nachgegeben. Ich komm wieder nach oben. Aber hier ist gerade eigentlich, glaube ich, nix, oder? Na, ich hab da gerade schon noch rumgelootet. Der Mülleimer. Der Korb in der Ecke. Eine Bandana. Pfeilschspitze aus Eisen. Oh, du kannst doch nicht die Toilette ungelootet lassen. Hier, sieben, äh, einmal... Oh, ich lüge, ne? Sieben Eimer was? Nein, nein, nein. Ein, äh... Sieben Eimer. Voll Sangria. Auf der Toilette. Boah. Ah, hier hab ich keinen Honig rausgedanzt gekriegt. Oh, ein Vogelnest. Hier ist heiß. Und kalt. Alter, hier? Boah, egal, egal. Südwesten, Südwesten, Südwesten. Wo war das denn jetzt? Wo oder was? In dem Markt. Was denn? Ich hab hier nur gerade was weggehackt. Entschuldigung. Da musste ich mein Inventory freimachen, sonst bin ich wieder so überladen, weißt du? Ne, ich muss die Bäume anhacken. So, wir können uns sehr gerne Richtung Südwesten halten. Ich werde aber dann, weil ich es hier gerade sehe, dass hier, ähm, dass wir hier an der Wüste kratzen, werde ich auch wieder ein paar Aloe mitnehmen. Aulonösen? Aulonösen. 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 Jo, und sofort kackt die Stamina ab, ey. Alter. Vogelnest ist leer. Hä? War ich dann hier schon? Das kann doch nicht. Kann doch nicht mein Ernst sein. Kann doch nicht mein Ernst sein. Ich hätte gerne Bernstein. Alter. Das Stamina hier in der Wüste, boah, echt, ich will die Wüste einfach nur meiden, ey. Okay, so freue ich mich da rein. Ja, ey, aber jetzt bin ich hier drin und schon einfach genervt von der Stamina. Ich frage mich echt, wie ich auf dem Pott drei Gläser mit altem Wasser finde. Ich will mal einen Schluck trinken. Nützt nix. Ja, da hilft nix, Alter. alter falter hat es nicht gestalt war genau ich halte mich an euch ich komme das ist eine ziemlich genaue beschreibung der klientel der sie da begegnen ein schwein wo ich höre es doch da ist es hinter uns gut ich sehe uns schon wieder schinkenspeck mit eiern essen getroffen es kommt es kommt was auch hunter gelernt die frage der hans man ist auf fortitude auf dem kreuz der hans man ja auch habe ich holen sie mal raus da kann ich nicht möchte gerne jetzt gleich hören 98 fleisch 36 schon nicht schlecht also fleisch haben eigentlich krass viel ja das da kommt auf jeden fall 300 alter bin ich wieder voll dann mal das ist eine straße straße ist was wirklich feines ja straße links richtung was hat denn hier alles nur ein reifen für dich mit dem einen armbus bolzen ich habe wieder irgendwas gehört ja okay das ist ein zombie du hast gedacht ich habe schon wieder an grunzen gehört ich bin mal hier rauf guck mal das hört sich gut an alter wie nice eine brücke ich sag mal so wir könnten überlegen weil wir jetzt relativ weit von unserer base weg sind ob das wieder so machen dass wir uns einen unterschlupf da machen da ist sogar wasser fluss fluss läuft da lang was ist denn hier im norden woran ihr vorbeigelaufen seid habt ihr da hingeguckt ist das eine radio station oder ist das auch ein militärgebiet da ganz ganz hinten das könnte keine ahnung was das einmal das könnte auch eine stadt sein mini ihr seid schon vorbeigelaufen genau hier das sieht aus wie so ein militär camp okay da waren wir noch nicht ja wollt ihr dahin mir ist egal was zuerst also wir können uns auch durchs militär camp erstmal prügeln auto stamina hier wieder kurz in die wüste abgedanzt und sofort die rechnung gekriegt war mal schmockiges wasser schön so jetzt kann es abgehen ach du scheiße ich bring da mal was mit geil geil ja oh nein ich muss langsam hinkommen sonst habe ich gleich keine stamina noch ein obendrauf ach der blöde den krieg ich nicht dafür ist der ding zu langsam ok ich habe jetzt gar nicht auf minen geachtet aber ich sehe hier gerade auch nix das sieht gut aus alter wie nice ich habe eine baseball mütze aber mit der können wir nix anfangen weil wir die helme auf haben und ein flanellhemd kommen da ziehe ich mal an flanellhemd ach gott da kommt noch einer da kommt noch was stirb nimm danke nein verhauen sehr gut ja die gasmaske in den schädel rein imprägniert so hier ist ein shotgun shotgun frachtkiste nochmal 40 mag ja compound bogen jagdgewehr kannst du drangehen kannst du nehmen mag kommst du mal hier hin hier ist auch noch eine ich dachte du machst die auf hast du ja da war ich schon ach so entschuldigung ich habe dich nicht gesehen ja compound bogen stufe 2 brauche ich jetzt nicht mehr jagdgewehr was ist mit der patrone da drin kannst du die nicht benutzen also das hat für den ferdi der hat eine ak ja dann ferdi kannst du da mal mal eben in die mine reingerannt scheiße was solltest du mir geben da in diesem ich hab es nicht hier ist ein eine patrone drin und ein jagdgewehr weil ich brauch die ja nicht die patrone stimmt vielleicht den bogen was ist das denn ach hier ist eine sporttasche ja eine verwitterte sporttasche die eingebuddelt wurde und da ist meine herren eine leere blechdose leck mich am arsch was ist denn an den militärstützpunkten so kacke geworden die waren früher so geil was das loot anging hier ist wieder eine mine mhm mhm ja alter die geht nicht hoch komm die geht hoch ja klar ich hab da zweimal eingeschossen klar muss man halt ja die erkennt halt füße die hat einen fußdetektor so ein pfeil hilft da nicht ach ey zum glück hab ich nichts gebrochen ey ja wie gesagt trolle ja 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 bitte übernehmen sie mal die führung jalla ja aber müssen wir ja eh hin 17.22 wir kommen nicht mehr zurück rechtzeitig wir müssen uns da verbarrikadieren ey danach machen wir doch ich ende weil ich bin langsam wieder ja können wir von mir aus können wir machen ok morgen leute bin ich ähm erst auch wieder relativ später ne weil ich bin in der alten bude nochmal nochmal in der alten bude ja äh wir holen da noch paar sachen raus weil der nicht der mag hier sondern ne ja der äh wollte die couch die wir da noch drin hatten in der alten bude die holen wir da raus abends und achso da wär schon wieder was angezogen ne ne wir haben die wohnung ja noch bis ende dieses monats gemietet achso ja maximal gesundheit ist unten ja dann ja ich hab spätdienst sogar ok ah wie geil boah wie nice aber das auch wie in einer wüsten city ne ja ja die ist ein bisschen angewüstet so ähm ich fülle meine drei leeren glaskrüge auf hier am wasser wo sind die die was wo ist das wasser äh warte mal wo bist du du bist hinter mir achso dann quasi weiter auf mich zu halten ja ich komm mal jetzt schwimm ich kannst du beobachten wie ich schwimme wie gut ich schwimme oh ja das ist ja sogar dann der stehschwimmer ja ja der stehschwimmer ist auch geil was ist das für ne geile bude die da steht ich will sehen ach so ein komplex ach das ist ne tankstelle ok aber so ne kleinere schinkenschmeck mit geiern schinkenschmeck mit geiern oooh aloe und schon am aloe vorbeigelaufen ich bin noch ein ferkelchen oooh lecker lecker naja ich würde gerne helfen aber ich muss hier mir nochmal eine ladung aloe holen bist du hier ja ja du bist hier sehr gut schau doch die seitentür rein hier ist auf oooh geil da nur ein raum da kommt einer der ist hinter dir ich bin neben was reingerannt da ist ein turi alter nee ich bin nicht in nix reingerannt da ist ne schlange da ist ne schlange die verfolgt mich ich treff sie nicht ach du scheiße ach so ja klar der verprügelt mir ist weil die alte sauhunde ooo ich bin nur mit dem hammer am ausholen ich liebe den hammer ey mark ja da kannst du hier die schlange häuten du hast ja das ding da ja die scheiß schlange ey ich häute mal deine schlange ooo ouchen 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 ja was ist hier drin mega crush mega crush beer ooo wasser und bier bier oh ich bin gleich auf dem dach hey hier ist ein safe geil ich bin auf dem dach ich hab hier drei leute alter und ein geier oh der geier und der geier der macht mir wieder riesenprobleme auf dem dach aber den geier habe ich glaube ich auch da war eine leiter vom innenhaus oder was ja alter wie nice hier ist sogar hier ist noch mit einer boden mit der dachklappe wie geil ist das ja muffiger rucksack ohne leere dose kummer hier ist noch ein genau alter hier ist sogar ein lagerfeuer ich würde sagen hier bleiben oder 1920 was ist ja voll geil und in dem müll war noch eine vrench drin auf level 1 hier wer will die haben eine vrench auf level 1 hier eine vrench also ich bin völlig überladen ich habe jetzt noch fünf freie felder aber ich weiß nicht ob das außer hat hilft ihr damit du jetzt ein bisschen freier bist dann nehme ich sie weil ich kannst du die eine genau hier abbauen bis die kaputt ist und dann ich kann nicht ich muss eigentlich noch einmal runter ich habe gesehen dass da ich noch aloe vera ach so ich krepier wieder völlig an jungen überhitzung baby hat einer einen kochtopf nein leiter diesmal nicht stimmt scheiße ja dann müssen wir ich habe leider nur noch einmal schinkenspecken mit eiern der ferdi hat da glaube ich so ein bisschen was auf pump ich glaube ich werde mir von nun an angewöhnen einfach immer ein cooking pot auf größere touren mitzunehmen ich weiß es jetzt gar nicht also ich habe noch ein bisschen wasser ich habe noch ein bisschen essen du konntest vergessen vorsichtig habe ich ein paar spikes hier einfach nur so aus jux und dollerei verteilt gut 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 wieder auf anhüpfen da möchte ich erst mal die luke zu machen ja und drauf stellen ich hoffe nicht vor allem ich nicht danke so 7000 ich werde bescheuert dieses pickelchen da oben drauf 7000 das muss ja jetzt gleich wo ist denn meine da eisenspitze ach da kommt überhaupt nichts dabei raus das sieht hier schon verdammt geil aus wenn man hier so raus guckt eine schöne aussicht so auf die brücke mit diesem pass und gas schild lecko funny ass gas alter ass gas nice ass gas nice ass gas nice ass gas ass gas ass gas we what wrong is we 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 Vielen Dank.